Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von JALA Deutschland – Wir müssen reden, einer Podcast-Reihe aus dem Dietz Verlag. Gastgeberin Suat Lamrubal ist Kommunalbeamtin, Dozentin für interkulturelle Kompetenz und Autorin des Buches JALA Deutschland – Wir müssen reden. Im Podcast spricht sie mit ihren Gästen über Integration, Migration und Rassismus in Deutschland und zeigt, wie es besser gehen könnte. Heute ist Mary Lam zu Gast. Sie studiert Psychologie an der Bergischen Universität Wuppertal und erforscht in ihrer Masterarbeit das Thema Racial Colorblindness in Deutschland. Als Stipendiatin im Geh-deinen-Weg-Programm der Deutschlandstiftung Integration ist sie vor einigen Monaten Mentee von Suat Lamrubal geworden. Die beiden sprechen über die Zunahme von Einsamkeit in unserer Gesellschaft und über die Verbindung von Rassismus und Einsamkeit. Es geht um ihre persönlichen Erfahrungen von Selbstzweifeln und Einsamkeit als Reaktion auf Diskriminierung und Ausgrenzung und warum es hilft, über Rassismus-Erfahrungen zu sprechen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von JALA Deutschland – Wir müssen reden. Die heutige Folge ist für mich eine ganz, ganz besondere Folge, weil ich eine ganz besondere Gästin habe. Ich freue mich sehr, dass Mary Lam heute bei uns ist. Ja, Mary macht gerade unter anderem ihren Master in Psychologie, beschäftigt sich da mit einem super spannenden Thema, Colorblindness, ein Forschungsschwerpunkt aus Amerika, der hier in Deutschland noch nicht so wirklich präsent ist, aber das wird sie sicherlich ändern. Wir haben uns kennengelernt über die Deutschlandstiftung Integration. Ich bin ganz froh, dass ich Mary auf ihrem spannenden Weg innerhalb der nächsten zwei Jahre begleiten darf. Wir haben schon einige spannende Dinge zusammen gemacht und auch noch einiges in Planung. Aber jetzt erst mal ganz herzlich willkommen, Mary. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke so für die tollen, einleitenden Worte. Ich freue mich auch total, heute hier dabei zu sein. Ja, ich würde vielleicht gleich noch mal ganz kurz ein bisschen auf das Programm der Deutschlandstiftung Integration eingehen, einfach nur, weil es vielleicht da draußen einige Leute gibt, die sehr interessiert sind und gar nicht wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Wir wollen aber heute nicht nur darüber sprechen, sondern wir haben uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht und zwar das Thema Rassismus und Einsamkeit. Jedes Thema für sich eigentlich schon sehr spannend. Wir werden schauen, was sagt so die Wissenschaft darüber. Wie hat sich vielleicht Einsamkeit innerhalb der letzten Zeit verändert? Aber wir sind auch eigene Erfahrungen, auch unsere Erfahrungen zu diesem ganzen Thema. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr spannend ist und dass du einiges dazu zu erzählen hast und wir beide wahrscheinlich auch einige Erfahrungen teilen. Aber wir wollen vielleicht als allererstes eingehen auf die Deutschlandstiftung Integration und vielleicht kannst du uns einfach mitteilen, was können wir uns darunter vorstellen? Genau. Und wie kam das dazu, dass du in diesem Programm bist? Das ist eine sehr gute Frage. Muss ich mich noch zurückerinnern, weil genau vor einem Jahr war die Bewerbungsphase für das Geh-Dein-Weg-Programm. Das ist das Programm, was die Deutschlandstiftung Integration anbietet. Ich meine auch, dass das das größte Programm ist, das Personen mit Migrationsbiografie zusammenbringt mit anderen Personen mit Migrationsbiografie. Das ist ein Stipendium mit ideeller Förderung und dazu gehört auch ein Mentoring. Und dieses Mentoring habe ich dann mit dir bekommen. Genau. Das ist nicht nur das einzige Programm. Also es gibt Programme, die beispielsweise Ausbildungen fördern oder dass man Hospitationen bekommt in verschiedenen Stiftungen oder auch Ministerien oder anderen öffentlichen Häusern. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit für Personen, die sonst nicht von so einem großen Netzwerk so profitieren können. Okay. Und muss man da irgendwas Besonderes für können oder irgendwelche besonderen Leistungen vorweisen? Also wer kann sich denn da bewerben? Bewerben können sich Personen mit eigener oder familiärer Migrationsbiografie. Es gibt bei dem Geh-Dein-Weg-Programm, bei dem ich Teil bin, noch verschiedene Auswahlkriterien, wie zum Beispiel Engagement, was man mitbringen sollte. Sei es gesellschaftspolitisch oder sozial oder andere Kriterien. Und natürlich auch Engagement, sich selbst in die Stiftung einzubringen. Das sind so die großen Auswahlkriterien. Okay. Und kannst du dir vorstellen, wenn du damit fertig bist und dann irgendwann auch eine renommierte Wissenschaftlerin bist und ich stark ausgehe, dass du auch mal in die Position einer Mentorin treten würdest, also in die Funktion einer Mentorin und da auch jemanden begleiten würdest. Das ist etwas, was du weitergehen würdest. Ja, total. Also ich merke das jetzt auch selber jetzt in dem Mentoring mit dir, dass man so stark profitieren kann, allein schon von dem Netzwerk, was du jetzt mitbringst oder auch von so deinen Erfahrungen, wenn man sich natürlich auch seinen Mentor oder seine Mentorin dahingehend aussucht, der oder die ja verschiedene Anflugspunkte hat. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass wir einige Parallelen zum Beispiel auch hatten und ich würde mir wünschen, dass ich diese, also das, was ich jetzt durch dich lerne, auch irgendwann weitergeben kann an eine weitere Person. Und ich finde, dadurch entstehen ja auch verschiedene Netzwerke und da können total viele Leute davon profitieren. Ja, cool. Ja, wunderbar. Ich denke, wir werden noch eine spannende Zeit haben. Es hat ja gerade auch irgendwie erst angefangen. Ja. Und genau. Ja, wir haben uns ein sehr wichtiges Thema ausgesucht. Rassismus und Einsamkeit. Einsamkeit ist momentan ein Thema, über das sehr viel gesprochen wird. Ich erinnere mich, dass wir vor gar nicht so langer Zeit auch eine größere wissenschaftliche Studie dazu hatten. Wie ist der Stand zum Thema Einsamkeit in Deutschland? Was sagt die Wissenschaft aktuell zum Thema Einsamkeit? Hast du da ein paar Zahlen? Ja, also Einsamkeit an sich ist erstmal das Erleben, was wir total subjektiv haben. Wenn du Einsamkeit in einer bestimmten Situation hast, kann es sein, dass ich in dieser Situation mich zum Beispiel gar nicht einsam fühle. Einsamkeit kann an sich so eine Diskrepanz sein zwischen dem, was du dir wünschst an sozialer Teilhabe und das, was du gerade erlebst. Also das heißt zum Beispiel, wenn du in einer großen Gruppe bist mit deinen Freundinnen irgendwie unterwegs bist, kannst du dich trotzdem einsam fühlen, einfach weil das nicht das entspricht, was du dir gerade wünschst. Und tatsächlich ist es so, dass der Einsamkeitsbarometer 2024 herausgefunden hat, dass ältere und jüngere Menschen am häufigsten von Einsamkeit betroffen sind, Frauen auch häufiger betroffen sind, auch nach der Pandemie nochmal verstärkt und dass Armut, also Personen, die Armut betroffen sind, Kehrarbeit leisten und selbst oder auch familiäre Migrationsbiografie haben, dass das auch stark mit erhöhten Einsamkeitsbelastungen zusammenhängt. Okay. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil du hast ja gerade nochmal die Pandemie erwähnt und ich spreche mit vielen Menschen und viele berichten, dass sie so die erste Einsamkeitserfahrung erst tatsächlich in der Pandemie gemacht haben. In dem Moment, in dem ja viel an Freiheit weggefallen ist, in dem auch gesellschaftliche Teilhabe so, wie wir sie kannten, gar nicht mehr möglich war. Und wie meinst du denn, hat sich Einsamkeit innerhalb der letzten Zeit verändert, jetzt völlig losgelöst von der Wissenschaft? Also wie war Einsamkeit früher, wie ist sie heute? Wie fühlt sich das für sich an? Also sozusagen losgelöst von dem, was die Wissenschaft sagt? Ja, also wenn ich da ansetzen kann, zu dem, was so in der Kindheit bei mir so war, also so eigene biografische Einsamkeitserlebnis, wie ich sie jetzt nenne, kann ich sagen, dass ich mich schon als Kind einsam gefühlt habe. Also ich habe mich jetzt als Kind einsam gefühlt, weil ich in einem überwiegend weißen Umfeld groß geworden bin. Ich bin in einem, ja sagen wir mal, in einer recht konservativen Kleinstadt groß geworden, wo ich sowohl in der Grundschule als auch in der Schulzeit danach einer der wenigen POCs war. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass ich mich da total alleine fühle. Also nicht nur alleine, sondern auch einfach einsam, weil ich nicht das Gefühl hatte, mit Personen in meinem Alter damals über meine Rassismuserfahrung sprechen zu können. Einfach weil ich mir dachte, ach, die können das ja, werden das wahrscheinlich gar nicht verstehen. Wenn sie das verstehen würden, hätte ich nicht das Gefühl gehabt, dass die das auch so nachfühlen können. Also als ob mir das jetzt etwas gebracht hätte, mit ihnen zu sprechen. Also gebracht hätte im Sinne von, dass ich mich weniger einsam gefühlt hätte. Und ich habe das Gefühl, dass, ja, als Kind war das ganz, ganz, ganz traurig, weil ich mir da mehr Ansprechpersonen gewünscht hätte. Wie war das denn bei dir als Kind? Also, ich habe gerade während du erzählt hast, da habe ich mich natürlich direkt in meine Vergangenheit hineingezoomt. Und jetzt war mein familiäres Umfeld in der ersten Zeit nicht weiß. Ich bin groß geworden in einem Umfeld, was wir, was viele Leute als sozialen Brennpunkte zeichnen würden, hoher Migrationsanteil, auch viele soziale Probleme. Also wir hatten, in der Hood, in der wir gelebt haben, gab es neben Rassismus, der irgendwie so unterschwellig auch da war. Fehlern, Gewalt, Alkoholismus spielte eine Rolle. Und wie gesagt, Migration war eine gewisse Normalität. Da wartest du immer wieder Menschen, mit denen du gewisse Sachen geteilt hast. Und in der Grundschule war es ähnlich, aber du bist trotzdem aufgefallen. Und du fällst erst in dem Moment auf, in dem du positive Leistung bringst. Weil du sagst, okay, die weicht jetzt doch irgendwie so von dem Klischee ab. Und dann fangen die Lehrerinnen und Lehrer an, genauer hinzuschauen. Aber wie gesagt, Grundschule ist das so ein bisschen, okay, läuft noch alles. Ja, und Gymnasium war Kulturschock. Also das muss man schon sagen. Das war Kulturschock, weil das war sehr weiß. Und ja, viele Kinder kamen natürlich auch aus Akademikerhaushalten. Da kann ich nicht mithalten. Ich kam aus einem sehr einfachen Elternhaus, aus eher ärmlicheren Verhältnissen. Und da merkst du einfach, dass dir schon ganz klar, ja, es wird dir schon ganz klar gezeigt, ey, was machst du hier? Hast du vielleicht verlaufen? Und man hat nicht so richtig Hoffnung in dir, dass du es wirklich schaffst. Oder du bist so dieses soziale Projekt, das da so ein bisschen rumläuft. Und das war so eher die erste Zeit, wo du auch anfängst, dir Gedanken zu machen über dich selbst. Also das war so, wo ich gemerkt habe, okay, die Begegnung mit dem vermeintlich anderen bringt mich dazu, dass ich mich mit mir auseinandersetze. Ich frage, wer bin ich eigentlich tatsächlich? Und auch mit der Frage, gehöre ich hier wirklich hin? Also diese Selbstzweifel, die haben mich schon immer irgendwie begleitet. Und das sind für mich auch so Momente der Einsamkeit, muss ich sagen. Weil das sind Dinge, die machst du mit dir selbst aus. Weil es so ist, wie du beschreibst. Ich weiß nicht, kommst du mit, also bei mir, wenn ich nach Hause gekommen bin und mit meiner Mama, wenn ich sie angesprochen habe, sie konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Ja, sie hat eine andere Form von Einsamkeit. Die ist hier hingekommen, ein ganz stimmtes Land, absoluter Kulturschock. Und deshalb macht man das irgendwie so mit sich aus. Hattest du denn das Gefühl, dass du da mit Freundinnen drüber sprechen konntest? Also, auch wenn wir wussten, dass es nicht okay ist, was da passiert und diese Rassismus-Erfahrungen, war unsere Antwort immer Widerstand. Wir haben das nicht eingesehen und uns irgendwie, noch nicht eingestanden, weil das bedeuten würde, dass es ja Teil unserer Wahrheit ist, unserer Realität. Sondern wir waren dann eher so ein bisschen rebellisch unterwegs und das sozusagen und haben deutlich gemacht, dass wir gehört werden wollten. Aber danach gehst du nach Hause und es kommt trotzdem dieser Moment, in dem du alleine bist und dich damit auseinandersetzt. Und das ist so der Moment, der auch einsam macht, weil du weißt, das wird nicht einfach. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit einer weißen Freundin damals, wir waren super gut befreundet, und wir sind heute immer noch total gut befreundet. Wir sind damals in meiner Heimatstadt einfach mal einfach spazieren gegangen, so was man einfach auch mal so macht. Und uns ist aufgefallen, dass uns jemand entgegenläuft, der auch äußerlich ein Nazi war, ein Neonazi war. Und in diesem Moment habe ich mich total unwohl gefühlt, aber ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Dann kam meine Freundin auf die Idee und hat gesagt, hey, komm, lass mal die Straßenseite wechseln. Und deshalb wird die einfach auf der anderen Straßenseite weitergelaufen. Und wir haben nicht weiter darüber gesprochen. Wir haben nicht über diese Situation darüber gesprochen. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, hatte ich das Gefühl, boah, ich hätte eigentlich voll gerne darüber gesprochen. Und jetzt bin ich wieder alleine und einsam und ich weiß gar nicht, was ich jetzt so darüber nachdenken wollte. Aber was hättest du gesagt in so einem Moment? Also das Bedürfnis, darüber zu sprechen, das kenne ich, aber die Situation war da. Und dann einfach darüber zu sprechen, wie das Rassismus einfach ein Thema ist. Ich hätte, glaube ich, erst mal angefangen damit, dass ich mich gerade total unwohl fühle. Also einfach auszusprechen, hey, ich fühle mich unwohl, können wir vielleicht irgendwas machen? Und dann wahrscheinlich hätte ich erst mal so einen Moment für mich selbst gebraucht, um selber nachzudenken, möchte ich gerade wirklich darüber sprechen? Oder reicht es mir auch gerade einfach, dass sie weiß, wie ich mich gerade fühle? Also ich glaube, ich hätte keine große Diskussion angefangen oder nicht richtig angefangen zu sagen, ja, was ist ein total großes Thema? Weil ich ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt dachte, das sei normal. Und das hat mich erst recht einsam gemacht. Also dieses Gefühl zu haben, ja, es ist total normal, dass da ein Neonazi rumläuft, ist auch erst mal so eine Art Akzeptanz, dass es Neonazis gibt und dass ich mich mit meinem eigenen Gefühl, also dass ich mein eigenes Gefühl erst mal akzeptieren muss und gerade keiner was dagegen machen kann. Das Ding ist aber, was ich mir damals gewünscht hätte, war tatsächlich zehn Jahre später hat mich meine Freundin, hat sie so zu mir gesagt, hey, weißt du noch, in dieser Situation, wo wir da jetzt hingegangen sind und da der Neonazi uns entgegen kam, sie hat es extra gemacht, um mich zu schützen, dass wir auf die andere Straßenseite gegangen sind. Also sie hat da schon tatsächlich drauf geachtet. Und das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, wir gehen auf die andere Straßenseite, keine Ahnung, um da einfach auf die andere Straßenseite zu gehen. Aber ich hätte das niemals gedacht tatsächlich. Und ich muss dann auch sagen, hätte ich das damals gewusst, hätte ich mich wahrscheinlich im Nachhinein gar nicht mal so einsam gefühlt. Aber ich wusste das nicht. Und ich glaube, dieses Aussprechen zu sagen, boah, da ist gerade so eine Situation, da fühlen wir uns irgendwie unwohl, lass uns da einfach, weiß ich nicht, irgendeine Intervention starten, sei es jetzt einfach die Straßenseite zu wechseln. Hätte total viel gebracht, ohne großartig darüber diskutieren zu müssen. Ja, ich denke, du sprichst da schon einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar, dass man sich selbst trauen muss, in der Situation Dinge anzusprechen. Auch zu sagen, ich fühle mich gerade nicht wohl. Aber auf der anderen Seite ist da natürlich auch nochmal die Verantwortung der anderen, zu sagen, okay, ich spreche das Thema an. Und ich kann mir vorstellen, dass das total schwierig ist. Weil gerade in der aktuellen Situation, in der wir jetzt leben, unter den aktuellen Debatten, die wir über Rassismus führen, können wir jemanden tatsächlich, von dem wir meinen, er könnte Rassismuserfahrungen machen, weil er anders aussieht, können wir ihn tatsächlich damit konfrontieren, oder ist nicht schon das gewissermaßen diskriminierend. Also das ist halt so, das macht die Debatten total schwierig und das macht es auch schwierig, jemanden sozusagen aus dieser Einsamkeit rauszuholen. Was ich halt immer, es gibt natürlich einmal so Momente, die sind, ja, die sind nicht ganz offensichtlich und dann gibt es nochmal offensichtliche Momente. Und ich finde, ich habe ja auch vor 2020 im Rahmen der Mittelstudie, habe ich ein Kapitel gemacht zum Thema Alltagsrassismus, weil mein Sohn Ende Oktober in Düsseldorf auch einem rassistischen Übergriff zum Opfer wurde. Und was ich einfach heftig fand und das verfolgt mich auch immer noch tagtäglich ist. Die Menschen waren, alle, viele Menschen waren da, viele Menschen schauen zu, aber keiner fühlt sich dafür verantwortlich. Und irgendwie so nach dem Motto, ja, weiß Gott, was er gemacht hat, oder ich möchte mich selbst nicht in Gefahr bringen. Und mein Sohn hat dann auch etwas, wenn ich, ja, auf der einen Seite sehr Trauriges gesagt habe, auf der anderen Seite auch sehr Kluges und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, welcher Schmerz schlimmer ist. Ist es der, sozusagen der Schmerz, den mir der Täter zugefügt hat, durch die körperliche Gewalt? Oder ist es das Faktum, dass alle wegschauen und mir das damit ganz klar signalisieren, du bist uns egal. Und sowas macht verdammt einsam, weil mein Sohn sich danach noch total zurückgezogen hat. Und das ist halt, ja, es hängt natürlich auch viel mit Zivilcourage zusammen. Und ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, an welchem Punkt wir sind, aber wir müssen uns halt schon, wenn wir über Einsamkeit nachdenken, müssen wir natürlich auch darüber nachdiskutieren, welche Methoden gibt es, um aus dieser Einsamkeit überhaupt rauszukommen und wer trägt irgendwie die Verantwortung dafür, weißt du? Ja. Hattest du denn irgendwann in deinem Leben das Gefühl, okay, jetzt bin ich weniger einsam? Und was war das für eine Situation, weißt du? Ja, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Freak, weil Einsamkeit finde ich nicht immer schlecht. Es gibt wirklich einige Momente, in denen bin ich sehr gerne einsam. Also ich finde dieses Gefühl der Einsamkeit nicht unerträglich. Das kommt immer ganz drauf an, ja, aus welchen Gründen das so ist. Ist das so eine Einsamkeit und du fühlst dich irgendwie an der Situation einfach machtlos ausgeliefert, Ausweglosigkeit, man fand dich Dinge einsam, die du eigentlich verändern möchtest. Und es ist einfach dieses Gefühl der Einsamkeit, das dann auch einfach da ist, in manchen Situationen. Und wie gesagt, das kann ich, das kann ich immer sehr gut auch aushalten. Also es muss nicht immer. Und es gibt immer wieder Momente in meinem Leben, in denen ich nicht einsam bin, weil ich habe eine Familie und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe meine Kinder, die mir ganz viel Halt geben, die mir immer wieder signalisieren, das ist schön, dass du da bist, Mami. Und ich glaube, das ist so, dass ja das Beste, was einem passieren kann. Und ich danke Gott dafür. Was sind denn Momente bei dir, wo also überhaupt keine Rolle mehr spielt, was das Ganze ein bisschen ausgleicht sozusagen? Also ich muss auch sagen, wie bei dir ist es auch, ich finde Einsamkeit mittlerweile gar nicht mal so schlimm. Natürlich würde ich mir dann in solchen Momenten schon eher denken, ach ja, jetzt weniger einsam, sonst wären wir schon gut. Aber ich finde, es ist aushaltbar. Und was ich gelernt habe jetzt so in meinem jungen, herwachsenden Leben, ist, dass ich, als ich ins Ruhrgebiet gezogen bin, hatte ich das Gefühl, fühle ich mich wohler, auch einfach, weil es mehr Personen gibt, die aussehen wie ich. Und als ich mehr Leute kennengelernt habe, die selbst auch POC sind, hatte ich das Gefühl, dass wir da mehr drüber sprechen konnten. Und wir sind, also es gibt so zwei Freundinnen, mit denen ich mich über Bassismus und Einsamkeit immer, wirklich immer austauschen kann. Natürlich haben wir auch so gewisse Grenzen, wenn wir sagen, boah, wenn wir jetzt über unsere ganzen Rassismus-Erfahrung sprechen, dann können wir einfach nicht mehr, lass uns bitte was anderes machen, das ist auch total in Ordnung, weil dann wissen wir immerhin, hey, wir sind nicht alleine, sondern wir können gerade dieses Gefühl auch einfach teilen. Ich hatte einmal eine Situation, die fand ich ganz, an diese Situation muss ich total häufig denken. Und zwar habe ich eine Freundin, die habe ich auch hier im Ruhrgebiet kennengelernt. Sie ist schwarz und bekommt viele, viele Rassismus-Erfahrungen mit. Und sie hat mal einen Tanzkurs besucht, wo, also dieser Tanzkurs, dieses Studio ist so bei mir um die Ecke, das heißt, sie war eh bei mir in der Hood unterwegs. Und sie hat dort in diesem Tanzkurs erfahren, dass sie mit einem mit dem N-Wort angesprochen wurde. Und sie war völlig, völlig perplex. Es ist ja auch total okay, erst mal zu sagen, was, also gar nicht zu wissen, was man überhaupt sagen sollte. Und weil dieser Tanzkurs zum Glück hier bei mir um die Ecke war und ich dann auch zu Hause war, hat sie angerufen und gefragt, hey, kann ich vorbeikommen? Ich bin hier gerade zwei Minuten entfernt und ich kann ihr das gleich sagen, was alles so passiert ist. Und dann ist sie hochgekommen und es war so abends und ich war schon so voll im Schlafmodus, hatte schon meine Schlafsachen an und war kurz davor irgendwie ins Bett zu gehen. Und dann setzt sie sich so bei mir auf die Couch und fängt erst mal an zu weinen. Und ich wusste erst mal gar nicht, was so abging, weil sie gar nicht, noch nicht darüber sprechen wollte. Und dann hat sie mir das erzählt. Und in dem Moment, was sagst du dazu? Natürlich denkst du dir, ja, scheiße, so. Ist kacke. Aber ich wusste, ich war in dem Moment selber total aufgelöst, weil ich kann dieses Gefühl, was sie jetzt gerade, was sie in diesem Moment hatte, das kann ich ihr nicht wegnehmen. Und dieses Gefühl, dass sie sich gerade scheiße fühlt, ich muss es einfach mal so ausdrücken, wie hat sie scheiße gefühlt, das war ja auch total berechtigt. Und dann haben wir uns locker mittlere Stunden noch darüber ausgekotzt und noch darüber ausgekotzt, was noch in letzter Zeit für Rassismus-Erfahrungen wir erlebt haben. Und dann haben wir tatsächlich nach diesen, keine Ahnung, wie viele Stunden wir denn auf meiner Couch da verbracht haben, mussten wir einfach lachen. Weil wir nicht, also weißt du, dieses, wie sollen wir jetzt mit diesen ganzen Gefühlen umgehen? Wir wissen es selber nicht. Und dann fängt man an zu lachen, was einfach so überfordert ist mit dieser Situation. Und auch das einfach, wir fanden es total schön, dass wir uns hatten. Und wir haben uns immer noch. Und wir treffen uns immer noch regelmäßig. Wir sprechen ganz, ganz, ganz viel darüber. Und wir haben letztens sogar noch gesagt, weil unser Freundeskreis, das ist auch recht weiß gelesen, dass wir uns irgendwie überlegt haben, was ist, wenn wir jetzt alle unsere Freundinnen einladen und nur sie und ich sprechen über unsere Rassismus-Erfahrungen. Wir würden ja total viel darüber lernen. Und wir würden uns weniger einsam fühlen. Das wäre totales Win-Win. Ja, aber der Prozess, den du beschreibst, der erklärt natürlich trotzdem einiges. Also ich finde auch, dass Gegeneinsamkeit hilft, dass du einfach Menschen um dich herum hast, die verstehen, was es bedeutet, aufgrund von rassistischen Erfahrungen, sich einsam zu fühlen. Also sozusagen die Auswirkungen von Rassismus. Weil man hat das Gefühl, wenn du mit jemandem sprichst, der das nicht kennt, da muss man auch so viel erklären. Und das Gefühl, dass man wirklich empfindet in so einer Situation, das ist nicht das Gleiche. Also das ist so ein Problem. Aber ich merke dann auch den Effekt, dass man sich dann natürlich eher mehr zurückzieht und man sucht dann sozusagen nur noch Gleichgesinnte. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Du hast zum Anfang dieses Podcasts etwas sehr Wichtiges gesagt. Und zwar, weil du Einsamkeit definiert hast. Und es geht natürlich auch immer viel um Teilhabe und es geht um Partizipation und es geht um die Möglichkeiten und die Chancen, die man eigentlich hat. Und ich frage mich, macht dann Integration, das hängt jetzt zwangsläufig miteinander zusammen, macht dann Integration weniger einsam? Bin ich weniger einsam, wenn ich integriert bin? Muss nicht zwangsläufig sein, ne? Also du kannst ja integriert sein und von außen ja dann auch integriert wirken, kannst dich aber trotzdem extrem einsam fühlen. Also ich finde, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du gut integriert bist, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass du dich einsamer fühlst. Aber es heißt nicht, dass du dich immer nicht einsam fühlst. Ja, ja, ja. Oder es kann auch gerade sein, dass du dich noch einsamer fühlst, wenn du integriert bist, weil du dir denkst und du trotzdem Rassismus-Erfahrungen machst, weil du denkst, ey verdammt, ich habe schon alles gemacht. Eigentlich müsste ich mich gar nicht genau, was ich noch mache. Ich bin halt so, wie ich halt bin. Ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Ich leiste, was andere leisten. Ich bin gebildet. Ich spreche Deutsch. Wow. Also alles das, was sozusagen dazugehört. Und dennoch kann ich nicht gleichwertiger Teil dieser Gesellschaft sein. Wenn ich zum Beispiel nicht integriert wäre, dann könnte ich ja sagen, ja, okay, ich mache Rassismus-Erfahrungen, aber ist mir egal, ich lege nicht viel Wert darauf, hier gleichwertiger Teil der Gesellschaft zu sein. Ich mache mein Ding, ich bin unter meinen Leuten. So was halt. Und von daher glaube ich halt immer wieder, also ich glaube, dass es zu diskutieren ist, dass man sich das auch mal anschauen könnte. Was würde mich wirklich interessieren? Wer fühlt sich tatsächlich stärker einsam? Oder gibt es auch beispielsweise Leute, die überhaupt gar kein Einsamkeitsgefühl haben? Und vielleicht auch eh nicht aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind? Das würde mich auch total interessieren. Ich weiß noch gar nicht, ob es genau zu diesem Zusammenhang eine Studie gibt, ob es da jemand was dazu macht. Keine Ahnung. Weißt du was? Nee, ich weiß tatsächlich auch nichts darüber. Ich muss auch sagen, dieses Rassismus- und Einsamkeitsthema ist etwas, was jetzt gerade stark beforscht wird. Das heißt, wenn jemand von euch da draußen gerade zuhört und diesen wissenschaftlichen Ansatz mal verfolgen möchte, ich glaube, da sind wir alle super happy drüber. Total, total. Also was mir auffällt ist, ich weiß nicht, ob du diese Menschen kennst, so sehr assimilierte Menschen, die sich komplett lösen von der Kultur ihrer Eltern, die sozusagen ja schon fast mit ihrer eigenen, mit der Herkunft der Eltern, aber auch mit ihrer eigenen Hautfarbe nicht in Zusammenhang gebracht werden. Kennst du das? Die spalten alles ab, was damit zu tun hat. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der war ähnlich. Der hatte einen Namen, der wird unter vielen Deutsch-Deutschen verwendet, um das mal so zu sagen. Und der konnte meine Welt überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und als ich über Rassismus gesprochen habe, ist er aus allen Wolken gefallen. Ich habe gesagt, was? Krass, so Erfahrungen kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Nee, bei mir gibt es sowas nicht. Und da habe ich mir gefragt, okay, ist es jetzt ein Selbstschutz? Oder hat der einfach nur dieses große Privileg, keine Rassismus-Erfahrung zu machen und steht deshalb so ausgeglichen und nicht einsam im Leben? Weißt du, ich meine? Ja, ich würde jetzt mal tippen. Also ich kenne ihn natürlich nicht. Aber wenn ich mich so hineinversetze in diese Person, dann würde ich sagen, Rassismus muss nicht immer eins zu eins sein. Oder Diskriminierung muss nicht immer eins zu eins im persönlichen Kontakt sein. Das ist ja auch total strukturell manifestiert. Und deswegen kann er sich gar nicht von Rassismus freimachen. Und deswegen glaube ich eher, dass das Selbstschutz ist. Das ist ja auch total in Ordnung. Man möchte eben ja auch nicht diesen Selbstschutz wegnehmen. Aber man sollte ja schon irgendwie bewusst sein, dass Rassismus jetzt nicht immer gegen eine einzelne Person richtet sein muss, sondern in der Gesellschaft schon super stark verankert ist. Absolut, absolut. Ja, da kommen wir langsam zum Schluss unseres Podcasts. Aber es gibt da noch vielleicht zwei Fragen, die mich interessieren. Die eine Sache ist, meinst du, man muss einfach lernen, mit der Einsamkeit umzugehen? Bleibt sie immer trotzdem Teil eines Menschen, der rassistische Erfahrungen macht? Oder ist es eher so, dass die Einsamkeit doch irgendwann weg ist? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich meine, du trägst das ja jetzt auch schon einige Jahre mit dir mit. Also Einsamkeit an sich ist ja etwas, was, also es ist ja abhängig davon, wie du das bewertest. Wenn es jetzt so in unserem Fall so ist, dass wir Einsamkeit eigentlich nicht so schlimm finden und es aushaltbar ist, dann würde ich sagen, dass ich gelernt habe, mit dieser Einsamkeit umzugehen. Also ich, tatsächlich ist es so, immer wenn ich neue Leute kennenlerne, dann fühle ich mich immer so ein bisschen einsam, weil die meisten Leute, die ich tatsächlich kennenlerne, sind weiß gelesen. Und dieses Gefühl der Einsamkeit in sozialen Gruppen, aber auch in neuen sozialen Gruppen, ist etwas, was einfach da ist und was ich jetzt einfach akzeptiert habe, dass es da ist. Das ist für mich einfach eine Art Coping-Mechanismus, weil ich das auch total in Ordnung finde, sich einsam zu fühlen. Was gibst du den Menschen da draußen für einen Tipp, die das Gefühl der Einsamkeit nicht aushalten können? Nicht aushalten. Außer, dass sie lernen sollen, es auszuhalten. Das ist jetzt kein Tipp. Sondern eher, was hilft in solchen Momenten der Einsamkeit, in solchen Momenten, in denen man merkt, man wird zurückgewiesen. In Momenten, in denen man vielleicht auch da draußen auf Wohnungssuche ist und man weiß, ich habe die Wohnung jetzt nicht gekriegt, einfach weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe den Job nicht gekriegt, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Oder Menschen grenzen mich aus, lassen mich nicht zugehörig sein, laden mich nicht ein, wann ich so aussehe, wie ich normal aussehe. Das sind ja alles die Momente, wo du dich einfach zurückziehst und sagst, ey, verdammt nochmal. Was hilft? Also ich bin so oder so ein großer Fan davon, seine Gefühle einfach auszusprechen, wenn man sich auch gerade so fühlt, zu sagen, das ist gerade blöd. Obwohl man, also nicht mit der Intention zu sagen, dass die andere Person sofort hilft und macht und tut und so, sondern eher als einfach erstmal zu benennen. Und ich glaube, das ist schon ein extrem großer Schritt. Also sich einfach diesen Gefühlen, meistens ist man seinen Gefühlen ja auch klar, dass man sich einsam fühlt, aber das dann auch einfach zu sagen. Und ich hatte eine Situation, da hat mir eine Freundin aus verschiedenen Gründen einfach gesagt, hey, sie fühlt sich total einsam. Und dann haben wir einfach es ausgesessen und es war gut. Wir haben nichts weiter gemacht. Wir haben nicht viel besprochen. Wir saßen einfach nur nur sozusagen rum, um einfach das Gefühl zu geben, hey, du bist gerade nicht, da darfst du dich einsam fühlen. Dieses einsam zu fühlen, ist in Ordnung und du kannst es auch so benennen. Ja, also ich denke auch, also ich habe ja auch zu Anfangs gesagt, ich finde einsam sein gar nicht so schlimm. Aber ich unterschätze dieses Gefühl auch nicht. Ich finde, das ist trotzdem ein sehr machtvolles Gefühl. Das kann einen schon sehr, ja, erstarren lassen sozusagen. Vor allem, wenn es dann solche Momente gibt, wo du anfängst, dich einfach in Frage zu stellen und du denkst dir, ey, hört das irgendwann auf? Weil du denkst dir eigentlich, je länger ich in diesem Land bin, desto normaler müsste es doch werden. Also desto mehr Akzeptanz müssten ja Menschen erfahren, die nicht weiß sind, die vielleicht eine Migrationsgeschichte haben, die eine Fluchtgeschichte haben und sowas halt. Und man fühlt sich trotzdem so nach einer gewissen Zeit gewissermaßen erschöpft. Das merke ich schon. Aber ich kehre zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast und ich schließe mich trotzdem ein, obwohl die meiste Einsamkeitserfahrung oder viel Einsamkeitserfahrung auch in der Kindheit war, auch bei mir und meine Mama auch sehr früh verloren und das macht alles sehr einsam. Aber Corona hat mir nochmal gezeigt, was wirklich Einsamkeit bedeutet. Wenn dann alle Freiheiten weg sind und du nichts mehr dagegen tun kannst. Jetzt kann ich sagen, wenn ich einsam bin, keine Ahnung, ich stehe auf, ich gehe raus, ich mache das, ich gehe was essen, ich gehe ins Kino, ich, na sowas halt. Einfach das Mitmachen, kulturelle Angebote und, und, und. Und das fängt mich ein bisschen ab, wenn du das alles nicht mehr hast und nur mit dir alleine bist. Und du kannst nicht mal Menschen treffen, die dir wichtig sind. Also so richtige Begegnungen, so echte Begegnungen. Also das hat mir, das war für mich nochmal das Maximum der Einsamkeit. Und ich sehe auch, dass wir uns seit diesem Zeitpunkt zunehmend voneinander distanziert haben. Und ich glaube, dass das Thema deshalb auch so präsent ist. Gegen Einsamkeit hilft halt nun mal auch Begegnung. Miteinander sprechen, ins Gespräch kommen, so richtige Begegnungen, sich in die Augen schauen, aufeinander zugehen, wohlwollend miteinander umgehen. Ja, sich sehen einfach. Und wir sind irgendwie, durch Corona, finde ich, hat sich eine neue Normalität entwickelt, eine Normalität der Distanz irgendwie. Also müssten wir das alles nochmal neu lernen. Weil das so einen krassen Riss genommen hat. Und ich hoffe total, dass wir wieder einfach normale Begegnungen erlernen. Dass wir uns wieder anfangen, mehr zu sehen und auch wieder trauen, mehr aufeinander zuzugehen. Ich glaube, das ist das Effektivste. Ich möchte die letzten paar Minuten unbedingt dafür nutzen, über deinen Arbeitsschwerpunkt deiner Masterarbeit noch mal kurz mit dir zu sprechen. Colorblindness. Ich habe es nur am Anfang ganz kurz angeschnitten. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Ich finde es super wichtig in der aktuellen Debatte. Das zeigt nochmal einen anderen Weg auf. Aber erklär mir doch und den Zuhörerinnen da draußen, was hat es mit Colorblindness auf sich? Und genau, wo stehen wir da? Was machst du? Da würde ich mich freuen, wenn uns das ein mitnehmen würdest. Ja, sehr gerne. Also Racial Colorblindness ist erstmal ein Konstrukt, was überwiegend in den USA beforscht wurde. Das hattest du ja auch ganz am Anfang schon gesagt. Und in Deutschland wurde das so gut wie gar nicht beforscht. Es gibt vereinzelt ein paar Studien darüber. Aber was man sich unter diesem Konstrukt Stand heute vorstellen kann, ist, dass Personen, die Racial Colorblind sind oder die höhere Ausprägungen davon haben, Racial Colorblind zu sein, dass sie nach dem Motto denken, ja, Rassismus gibt es ja gar nicht. Oder Rassismus war in der Vergangenheit wahrscheinlich ein Problem. Heute ist es nicht mehr. Und wir sind ja alle gleich. Wir haben die gleichen Chancen. Wir haben die gleichen Möglichkeiten, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Und das ist etwas, was jetzt, wie ich es erklärt habe, in den USA gerade der Stand ist. Und wie es gerade in Deutschland ist, weil natürlich auch die ganzen historischen Erlebnisse hier in Deutschland andere sind, als die in den USA, kann es sein, dass Racial Colorblindness hier ganz anders ausgeprägt ist. Und das versuche ich gerade mit meiner Studie herauszufinden. Ich gehe nämlich psychodiagnostisch heran an dieses Konstrukt und schaue, wie man Racial Colorblindness überhaupt erheben kann, um zu sagen, hey, Personen sind höher oder niedriger Racial Colorblindness ausgeprägt. Das war eine Folge des Podcasts Jaller Deutschland, wir müssen reden. Mit Surtlam Rubal und Mary Lam. Das gleichnamige Buch könnt ihr in allen Buchhandlungen sowie auf diets-verlag.de bestellen. Folgt uns gerne, um keine neue Folge zu verpassen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Pravettung Przedil Vielen Dank.